Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Direktvertrieb und Multilevel-Marketing. Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo meines Kanals sehr freuen. Um kein Video zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Das Arbeitsleben in den Vereinigten Staaten von Amerika hat eine Arbeitsstruktur auch nach Deutschland gebracht, die große Vorteile hat, den Strukturvertrieb. Der Strukturvertrieb hat in der seriösen Umsetzung zwei Ebenen, den Direktvertrieb und das Multilevel-Marketing. Was auch Network-Marketing genannt wird. Standardisierte Handelsketten verhindern, dass die bestmögliche Qualität an Waren bezahlbar in den Regalen stehen kann. Im Direktvertrieb, vorausgesetzt man hat mit seriösen Unternehmen zu tun, ist der Qualitätsstandard erheblich höher als im Geschäft. Um dieses zu verdeutlichen, zeige ich jetzt erstmal die Unterschiede zwischen dem Standardvertrieb und dem Direktvertrieb auf. Eine Ware wird hergestellt. Diese Herstellung verursacht Kosten für Personal, für die Rohstoffe, für Lager und Produktionsstätten, für Werbung, für Energie und Produktion. Diese Unternehmen verkaufen in einer normalen Handelskette zumeist nur an Großhändler. Diese Großhändler haben Fracht- und Transportkosten, Lagerkosten, Kosten für Personal, Werbung und Logistik sowie Energie- und Handelskosten. Bevor die Ware jedoch im Einzelhandel, also im Geschäft steht, ist zwischen dem Einzelhandel und dem Großhandel in den meisten Fällen noch ein Zwischenhändler, der dieselben Kostenbereiche wie der Großhändler hat. Der Einzelhändler hat neben den Kosten des Zwischenhändlers zudem noch die Kosten für Verkaufsflächen. Sämtliche beteiligte Unternehmen haben neben den Kosten auch Gewinnerwartungen. Die Kosten und Gewinne aller Ebenen hat der Endverbraucher zu tragen. Da bei entsprechend hochwertigen Rohstoffen der Verkaufspreis die Möglichkeiten des Endverbrauchers übersteigen würde, wird bereits in der Produktion auf minderwertige Ware zur Kostenersparnis zurückgegriffen. Was ist nun anders im Direktvertrieb? Dass Waren hergestellt werden müssen, ist bei beiden Handelswegen gleich. Im Direktvertrieb wird ein Vermittler eingesetzt, der die Ware beim Endverbraucher anpreist. Einige wenige dieser Vermittler bauen sich einen Warenbestand auf und verkaufen auch direkt. Dieser direkte Verkauf jedoch ist kein Direktvertrieb. Das ist schon Einzelhandel. Direktvertrieb ist es, wenn dem Endverbraucher die Möglichkeit gegeben wird, direkt beim Hersteller die Ware zu beziehen. Der Vermittler bekommt vom Hersteller eine Provision für jeden Artikel, den der Endverbraucher direkt kauft. Da der Großhandel, der Zwischenhandel und der Einzelhandel durch eine Person dem Vermittler ersetzt wird, kann bereits in der Herstellung auf hochwertigere Rohstoffe zurückgegriffen werden. Seriöse Unternehmen machen das auch. Die Verkaufspreise im Direktvertrieb sind geringfügig höher als Produkte im Einzelhandel, weil die hochwertigeren Rohstoffe entsprechend Kosten verursachen. Qualität hat nun mal seinen Preis. Klar, auch der Vermittler verdient damit seinen Lebensunterhalt, aber am einzelnen Artikel erheblich weniger als die Gewinnerwartungen im Einzelhandel. Deshalb ist der Direktvertrieb oft verbunden mit einem Multilevel-Marketing. Dieses System ermöglicht es dem Vermittler, weitere Vermittler auszubilden und an deren Erfolgen ebenfalls teilzuhaben. Der Mitverdienst je verkaufenden Produkt ist geringer als das, was der Vermittler für seine eigene Arbeit an Provision erhält. Je mehr Vermittler eingearbeitet werden, je höher wird dann das passive Einkommen. Die meisten Unternehmen, die nach dem System arbeiten, begrenzen den Mitverdienst auf sechs Ebenen. Dieses ist dann auch noch daran gebunden, wie hoch die Umsätze vom gesamten Team sind, also die Summe der Einkäufe aller Endverbraucher, die von allen Vermittlern beworben wurden. Da es sich um den Mitverdienst an Umsätzen eines Herstellers handelt, und das will ich in aller Deutlichkeit sagen, hat das Multilevel-Marketing nichts mit dem Schneeballsystem zu tun. Das Schneeballsystem ist illegal und im Grunde nur Geldschieberei. Vereinfacht erklärt, um mitzumachen, zahlt man eine Summe X mit dem Versprechen, Wenn man mehrere Personen findet, die diese Summe X ebenfalls bezahlen, bekommt man für jeden, der zahlt, einen festen Prozentsatz von der Summe zurück. Diese Personen bekommen dasselbe Versprechen. Der Prozentsatz wird auf die Auszahlung jeder Ebene angewendet. Was übrig bleibt, verdient der Mensch an der Spitze des Systems. Hier fließt Geld, ohne dass Waren verkauft werden. Wenn man im Direktvertrieb unterwegs ist, ist es ein Vorteil, gerade als Haustürgeschäft, wenn der Vermittler Produkte, die zum Verkauf stehen, in seinem eigenen Besitz hat. Nur um zum Demonstrieren und nur in Ausnahmefällen für den Wiederverkauf. Das muss aber auch die Entscheidung des Vermittlers sein, ob dieser sich einen Bestand anlegt. Unseriöse Unternehmen schreiben Käufe voraus, anstelle diese nur zu empfehlen. Wenn für die Aufnahme der Vermittlungstätigkeit im Direktvertrieb bereits Käufe von Produktpaketen vorausgesetzt werden, sollte man von solchen Unternehmen die Finger lassen. Dennoch ist es einfacher, Produkte zu empfehlen und dem Endverbraucher schmackhaft zu machen, die man selber kennt und auch selber nutzt. Eine digitale Form des Direktvertriebs ist das Dropshipping. Der Hersteller stellt dabei eine Liste mit verfügbarer Ware zur Verfügung. Der Vermittler stellt die Ware auf Online-Marktplätzen ein mit einem selbst gewählten Verkaufspreis. Der Einkaufspreis der Ware wird durch den Vermittler an den Hersteller überwiesen und dieser schickt die Ware direkt an den Kunden. Der Rest wird als Umsatzerlös einbehalten. Alternativ setzt der Hersteller den Verkaufspreis fest und zahlt eine Provision je Artikel oder eine Gewinnbeteiligung. In dem Fall werden die Marktplatzkosten bei den erfolgreichsten Dropshippern von Herstellern getragen. Hier ist Multilevel-Marketing eher die Ausnahme. Es gibt Hersteller für den Direktvertrieb, die auf On-Demand setzen. Der Nachteil ist, dass die Lieferzeiten höher sind. Der Vorteil hingegen, da die Ware erst hergestellt wird, nachdem sie bestellt wurde, dass die Kosten für die Herstellung erheblich sinken und keine Lagerkosten für die fertige Ware anfallen. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr anderer Ansicht seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um darüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.